Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Oh, doch, ich bin noch nicht mehr. Hey,まだ痛い? Hören Sie den Beschuss nicht. Ja, ich habe eine sehr schöne Eppelon gekauft und habe eine Star-Totten-Oki-Rio-Lie-Ztoch. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Hm. Tch,ちょっと, ich habe etwas gehört. Okay, was ich tun? Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt unerhört, unerhört Der Russe steckt fünf Kilometer vorm Stadtkampf Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder Ach Unsinn